So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Lost Vikings. Vielleicht beende ich das Spiel ja heute mal. Mal sehen. Ähm, ich kriege eigentlich einen Ballyock darüber. Ganz dämliche Frage. Gut, ähm, wir sind wieder im Spaceship. Wow. Ach so, genau, da schießt auf mich das Ding. Ähm, jetzt muss ich erstmal gucken. Und überlegen. Ääh, bäbäbäbäbäbäbäbäbäb. sécurité oder aufmacht immer den Ebenen und uns den Weg. Ääh, schlechte Idee. Okay. Wo kommst du denn aus? Irgendwo mitten in der Wallachie. Schild. Wow. Okay, da muss ich bestimmt die Bombe hinlegen. Warte mal. Abwarten, abwarten, abwarten. Fangen wir mal mit... Olafern. Äh, Olaf sag ich schon. Mit... Wilfriedan, hier. Erich. Na, weil da ist mit der Name. Okay, ähm... Tja, die Level... Sehen schon mal ziemlich beknackt aus. Nee, 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 nee. Ich vergaß. Erst springen, dann die Richtung drücken. Nicht umgedreht. Ups. Äh, okay, hier geht's nicht weiter schon mal. Das heißt, ich müsste doch mit Olaf irgendwie vorausfahren. Blub, 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 blub. Speichern mal. Blub, 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 blub. Okay. Wumm. So. Bombe legen. Speichern. Uuuh. Ähm, okay. Hier runter. Da ist der Blauschlüssel. Blub, 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 blub. Ah, jetzt kommt er wieder hier raus. Okay. Klux. Ah, jetzt haben wir auch ne Dings. Kann ich mir doch das Armageddonpflaster holen. Wuhu, wuhu, wuhu. Great. So, dann kann ich nämlich das Gehirn hier ausschalten. Bums. Aha. Blub, blub, blubs. Blub, blubs. Wunderschön. Oh. Ähm, hier brauche ich ein Screen Change. Wow, das wird ja mal richtig scheiße. Hm. Okay, Baleok. Das ist schon mal dein Weg erstmal. Ich denke mal, mit Olaf muss ich erstmal vorübergehend weitermachen. Hm. Schlecht. Bö, 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 bö. Ich hab keinen gelben Schlüssel. Ähm, okay. Das wird... Uppsala. Das wollte ich nicht. Immer die falschen Knöpfe. Wo kommst du raus? Okay. Oh, das fann ja nur lustig werden. Ich fass mich hier hoch. Öh. Öh. Okay, das war nicht ganz so schwer. Auch wieder Screen Change. Gott, wie soll ich denn hier durchkommen? Ich hab keine Bomben. Hm. Harry, du musst zurück. Komm hier hoch zurück. Nein, komm ich nicht. Aber ich kann endlich den... Schuss machen hier. Öh. Äh, äh, äh. Okay, das ist lustig. Jetzt... Laser an. Laser aus. Hoch. Runter. Hoch. Runter. So. So. Hoch. Runter. Und nochmal das Ganze. Hoch. Runter. Oh, runter. Okay, wieder zurück. Schuss. Neeeeee. Klick. Wunderbar. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Wir sind immer noch auf der guten Seite. Wir sind immer noch auf der guten Seite. Immer noch auf der guten Seite. Nee, 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 nee. Okay, da kann man einfach so durch. Oh boy. Ähm, Bombe! Moment, Safe State. Schauend. Wo ist das da? Wo kommt man... Oppala. Wo kommt man denn hier raus? Den Knopf habe ich auch irgendwann einfach mal gedrückt. Bombe! Äh, Bombe. Achso, hier. Wow, kompliziert. Okay, hier war ich schon teilweise. Hi! Ähm, ja, schlecht. Der Lift ist oben. Warum ist der Lift oben? Mhhh, hier rein? Was passiert da? Dann komm mal hier hin. Okay, dann lade ich mal. Den. Ähm, Bombe. Nö. Nö. Zu weit. Wie bei Super Mario, man. Läuft immer auf Eis. Boom, 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 bam, 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 dong, dong, dong. Gut. Hi Olaf. Ähm. Okay, jetzt weiß ich auch wofür der Dings ist. Äh, rups. Dein Weg. Klick, lade aus. Das heißt. YAY! Hallo, Wallyok. YAY! Wow. Wow. Okay. Ich dachte schon, ich backe das spiel. Oh, man. Don´t want a electrifying Olaf. Way, runter mit dir. Wow. Das ist eine verdammte Falle, wisst ihr das? Wenn da alles einsammelt, man kann es nicht benutzen, dann passiert mich das. So. Okay, damit wäre der Kreis wohl geschlossen, denke ich mal. Du, hier rein. Gut, und Erich. Gut, er hat jede Menge Früchtekram gesammelt, also... Gibt es noch irgendwo raus? Nur hier oben, okay. Ich bin schon wieder acht Minuten unterwegs. Holla, die Weife. Gut, Ola, fahrt mal das Zeug. Wieder kriege ich mal eine. So. Okay, das kann ja nur heiter werden hier. Safe State. Warum weiß ich, dass es... Ach, Moment, ich weiß eh schon, wie es ablaufen soll. Psst. 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 Okay. Gut, du musst irgendwo da durchschießen. Während... Wow. Okay, den roten habe ich schon mal. Da ist ein Exit. Das heißt, wir sind noch nicht im absoluten Finale-Level. Sondern, äh, wir müssen alle Level so wie die vorherigen machen. Oh, aber wir kommen trotzdem zum Finish-Boss. Denn der findet sich hier. Ich denke mal, hier muss ich irgendwie mit Olaf hoch oder so. Zip, zip, zip. Oh, je. Warum habe ich gespeichert, dich, Idiot? Weee. Hier ist schon mal der... Boom. Okay, frei ist trotzdem. Ey, das ist gemein. Jetzt aber. Klack. Warum aber führter war. Ja, ist ruhig mal. Ah, ich verstehe. Äh. Nee. Wow, und wir haben alle Schlüssel, die wir brauchen, um darüber zu kommen. Runter mit dir. Nee, 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 falsch. Jetzt. Hoch, runter, hoch, runter. Und wieder hoch, runter, hoch, runter. Gut, gut. So, jetzt wird's lustig. Wups, okay, gar nicht so schwer. Kommst eh rüber. Nein, kommst du nicht. Hurray. Ja. Olaf, the Polav. Ja. Benutz den Schlüssel. Benutz den Schlüssel. Dankeschön. Gott, das war ein Sprung. So, ich bin für extrem beknackte Mario Hex wunderbar geeignet nach diesem Spiel, muss ich sagen. So, seid ihr also wieder da? Warum, das tut uns nicht heim, Tomator? Ihr dummen Wikinger, wisst ihr nicht? Dass alle bösen Weltraumwesen unschuldige Gefangene brauchen. Yo. Hi, Tomator. Oh je. Die Level brauchen jetzt ein Video. Frackt. Yo. Hi, frackt. Äh, das sieht wieder genauso komisch aus. Okay, wir haben eh noch einen Weg. Das ist schon mal etwas aufschlussreicher. Oh, Gott. Gut, das scheint eh der Ehrigweg zu sein, denn sonst wäre ich ja... Wow. Wie soll ich das machen? Hm. Cool. Cool. Cool.